Und damit herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Mario & Rabbit Kingdom Battle. Wir sind noch in Welt 1 unterwegs, um ein bisschen Backtracking zu machen. Im letzten Part haben wir das geheime Secret Kapitel von Welt 1 gefunden. Wenn ihr das verpasst habt, dann habt ihr es verpasst und dann müsst ihr es nachholen, sofort. Aber wir starten jetzt erst mal mit Prüfung 7, welche Mittel ist. Okay. Erstmals wird ergeblich ein bisschen schwieriger. Besiege 5 Gegner, 10 Züge Limit. Okay. Ich sehe nur 3 Rabbit Piranhas, die von 3 Kettenhunden bewacht werden. Okay. Gut, verstehe. Wir sollten gut aufgestellt sein mit unserem Team. Und da sind sie auch schon wach. Okay, hier sind auch die Piranhas getriggert. Das ist gut. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir uns großartig bewegen sollten. Ähm. Dann wollen wir einen Schuss abgeben. Oh, Zuckerhonig. Die bewegt sich ja mal nicht mehr davon. So. So werden wir natürlich... So werden wir nicht gehintet, dass ich diese Hunde von dem Kettenhund. So schon, so nicht. Wenn die Kettenhunde vor den Pyramäern dran sind, kann man das bedenken, muss machen. So, der Schwachmacher. Er bricht 2 von ihnen. Das ist schon mal gut. Und... Und... Was machen wir mit dem hier? Dash zu mir aus. Und kannst du dich da hinstellen und schießen. Da hinstellen und schießen, da hinstellen und schießen. Da hinstellen und schießen. Ja, das macht doch meistens Sinn, ne? Wir könnten natürlich auch Tanz... Äh... Die... Song, also... Die andere... Die geht da anlocken. Allerdings... Das ist nicht so gut, dann schießen wir. So. Du aktivierst deine Heldensicht, falls hier jemand versucht abzuhauen. Du aktivierst deinen Neidwächter. Um dich ein bisschen zu schützen. Und Mario könnte laufen... Ähm, ja. Geht er dahin. In der Hoffnung, dass die eine hier nicht treffen kann. Aber eigentlich ist das total schwach so. Sie wird uns eh treffen. Ich fasse mal die Kettenhunde. Zack. Die beißen. Sie kriegt einen Biss ab. Und... Auch sie. So. Besiege 5 Gegner hieß es. Bisher sind nur 3 da. Autsch. Das haben wir getan. Aber wir sammeln die Münzen ein. Deswegen ist es okay. Zum Glück habe ich bei ihm den Neidwächter aktiviert. Oder gehen sie auf ihn? Er hat euch doch gar nichts getan, persönlich. Oh. Da wird jemand weglaufen. Das lassen wir nicht zu. Sieben Leben hat sie noch. Verdammt. Ähm. Ja, diese sieben Leben. Der ist schon nur weg. Das ist ganz klar. Ich hätte mich jetzt fast da positioniert, weil ich es nicht gesehen hatte. Er schießen mit ihm diese zweite Piranha-Pflanze. Der ist so stark. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist gerade unser stärkster und eigenständigster Charakter. Und gerade durch diesen Lifesteal ist er übel OP. So, du hast von da aus eine 100% Treffer-Chance, sagst du? Dann schieß halt einfach mal. Auch wenn es nicht reicht, weil es zu weit weg ist. Nicht, weil seine Waffe so schwach ist. Aber das macht nichts. Denn Mario erledigt ihn. Endmütig. Und damit haben wir keine Gegner mehr. Da brauchen wir neue, oder? Bitte. Erstmal die Kettenhunde. Ich hoffe, die können wir uns nicht erreichen. Scheinbar nicht. Hier vielleicht. Doch, ja. Kriegst es ab. Autsch. 75 Jahre. Da hätte ich aufpassen müssen. Okay, da sind die drei nächsten Kameraden. Die sind aber noch nicht da. Also waren die nicht angreifbar. Aber das ist ein bisschen scheiße. Wo gehst du? Wie weit kann dieser Kettenhund gehen? Kann ich das auch sehen? Nein, das kann ich nicht sehen. Okay, das ist ein bisschen schade. Dann gehst du nur hier hin. In der Hoffnung, dass es reicht. Um nicht getroffen zu werden in dieser Runde. So. Du musst eigentlich... Boah. So, dann mit dir. Ich darf es um zu verstecken. Aber im schlimmsten Fall bin ich davon zwei angegriffen. Weil die spawnen erst, nachdem die Kettenhunde dran waren. Also geht's hier hin. Ja, die Gegner spawnen ein bisschen zu langsam. Die Kettenhunde machen es uns nicht gerade einfach. Ja, weil Mario kann es noch machen. Ich hoffe, die Piranhas wachen jetzt nicht auf und töten ihn. Aber eigentlich dürften sie nicht angreifen, wenn sie jetzt gerade aufgewacht sind. Das wäre ja ein bisschen unfair. Okay, sie dürfen es doch. Kann man halten von diesem Runde. Ich finde es nicht sehr fair. Und sie werden ihn hier besiegen. Noch einer muss ihn anhitten. Und das werden die wahrscheinlich auch tun. Weil sie einfach mies sind. Ja. Tschüss, Mario. Ja, die haben sich zu viel Zeit gelassen und durften spawnen. Auch irgendwo... Ich gebe mal 50% mir die Schuld. 50% im Spiel. Das ist nicht fair gewesen. So, der Barsch. Und... Hammer. Hammer, Hammer. Das kann ich doch. Er kriegt es mit ab. Ja, schön. So, zack. Sprungschadenzucker. Dann hätten wir sogar tatsächlich... Auch die hätten sich nicht aktivieren können. Aber... Na ja, komm. Was soll der Geist? Machen wir es zu Ende. Und haben auch diese Prüfung geschafft. Da gibt es ja kein... Gut oder schlecht. Da gibt es einfach nur... Bestanden oder nicht bestanden. Ja, bestanden. Mit der Prüfung abgeschlossen. Schön. Bei der Prüfung 8 ist die nächste. Zehn Stück gibt es, meines Wissens nach. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Weg zu lange wird. Vor... Prüfung 8. Geist. Ja, ich bin... ...und. Das ist aber... ...und. Ich bin... ...und. Was sehe ich denn hier? Feines, die Prüfung. Aber hier, seht mal an. Jetzt können wir hier runter. Und das lohnt sich für eine Röhrenspitzung. Okay. Und noch eine weitere Kanone, die uns wohin bringt. Oh, sehr weit. Sehr, sehr weit. Zu weit. Auf den Turm. Wow. Dieser abgesperrte Bereich. Okay. Wo uns ein 3D-Modell vom Garten-Grobian erwartet. Okay. Aber wir wollen zurück, wenn da die nächste Prüfung ist. Ich sehe da übrigens auch keine mehr. Also kann gut sein, dass hier die Kanone dann nehmen kann. Als Abkürzung. Weiter geht's auf jeden Fall mit Prüfung 8. Da schmeißt der Elite schon Flaschen um. Oh, Todd. Mit Todd. Eine Escort-Mission. Okay. Todd muss hier hin. Ich verstehe. Er ist da ganz alleine. Er muss hier runter. Hier lang. Da lang. Da lang. Okay, das heißt wir brauchen für Todd einen Heiler und am besten Luigi. Und ich starte einfach, obwohl ich erst noch mein Team auswechseln wollte. Okay. Dann müssen wir das mit dem Trupp jetzt hier machen. Verdammt. Ich wollte doch gerade das Team wechseln. Ich wollte auf Peach gehen und also auf Peach und auf Luigi. Allerdings habe ich diesen Wunsch nicht erfüllt bekommen. Oh, kein Grid, aber es hat trotzdem gereicht. So, dann Dash und noch ein Dash. Dann bist du schon mal down. so hier hoch. Du erschießt ihn dann. Dass Todd keinen Schaden hat bekommen. Und Mario? Mario kümmert sich um diesen Grobian. Am besten machen wir, ja. Eventuell sogar mit Kraftpaket. Muss ich mal schauen, wie ich das handhabe. Ähm... Ja, wir brauchen ein Kraftpaket, sonst ist es mir zu unsicher. Mit einem Crit für ein 40% Chance hätten wir das natürlich schaffen können, aber jetzt ist er auf jeden Fall sicher und darf. Wir kriegen sogar den Crit. So, damit gibt es keine Gegner mehr. Also kann ja, Todd erst doch, es gibt noch einen Gegner. Ich habe gelogen. Oh, und er erreicht uns Zucker. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Autsch, das tut weh. Dummheit, dieser Fehler wird bestraft, direkt. Und der zweite Grobian folgt zugleich. Ähm, Rabbid und Gigi könnte mal zur Verstärkung kommen. so, ihn tot dashen wäre was. Mehr weit kannst du laufen. Bis dahin, okay. Ja, das macht ja nichts. Dann gehe ich halt dahin und erschieße dich von da. Er schieße ihn von da an. 110 Schaden, nur durch das dashen, ne? Boah. Wenn das nichts ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Und noch Mark geht's. Der Gute hier heilt sich mehr hoch, als er überhaupt Leben verliert. So. Und du bist von Mario erschossen. Damit du ja nicht auf blöde Ideen kommst. die wachsen hier aber auch nach die Gegner wie Rünkraut. So, Todd geht hier durch. Die maximalen Felder für ihn. Rabbit Mario, ja. Du bleibst mal hier oben als Backup, falls da irgendetwas mindspawnen zu wollen. Aha. So weit was in der Art zum Beispiel? Er darf angreifen was, oder? Nein? Dafür nicht. gut, so. Was macht der Schaden? Der hat halt noch Standard-Buffen, glaube ich, ne? Ja, wir könnten uns sicherstellen, so ist es nicht. Einen Schuss tanken. Obwohl, müssen wir ja gar nicht. Machen wir es so. Wir müssen ja nicht dringend schießen. Dann kriegen wir auch nächste Runde keinen Schaden. Außer er geht nach unten, das kann natürlich auch passieren. Dass er sich denkt, hm, ich will lieber tot haben. So, er ist sonst noch irgendwo etwas gespawnt. Ich habe nichts gesehen. Dann gehst du mal hier hin, zu den Röhren mehr. Dann bist du flexibler. mit der Bazooka ihn. Ah, jetzt natürlich nicht mehr, ne? Schade, das wäre es gewesen. So, und Mario stelle ich hier hin. Falls er runterkommt, kriegt er die Heldensicht ab. Obwohl, ich könnte ihn sogar warum nicht? Komm du mal runter. Oder auch nicht, er wird gekrittet. Damit hat sich das eh erledigt. Er bewegt sich nächste Runde nirgends wohin. Und da sind Gegner gespawnt. Nicht gerade wenige. Innerhalb von einer Runde sind die alle gespawnt. Ähm, ja, und du darfst dann mit dem Hammer zack, zack. Und, äh, aber, ach, es reicht immer noch nicht. Verdammt! Er braucht neue Waffen. Muss ich mir merken. Ist auf der Einkaufsliste drauf. Keine Sorge. Steht alles so auf der Einkaufsliste. Neue Waffen für Revit Mario. So, du darfst die maximale Reichweite. der Stich in den Himmel. Rabbid Luigi. Meine verdammt. Nochmal, was gibt's doch nicht. Ach, von hier aus hundertprozentig treffen. Ich hoffe, nicht mit der Bazooka, sondern auch generell. Nein, nur mit der Bazooka. Na gut, komm. Was soll der Geiz? Schaden. Da ist ein bisschen Schaden, ich weiß nicht, gar keinen Schaden. Ich krieg's noch den Schwachmacher ab. Mit Mario. Kommt nach. Tod zu verteidigen. Er hat hohe, höchste Priorität. Denn wir haben keinen Heiler da für ihn. Er kann ja keinen Schaden machen, sich irgendwie zu heilen oder so. Ah, du machst aktivierst dein Schild, weil du kriegst jetzt was auf den Platz und der geht ganz toll. Acht Schaden, braucht doch so viel. Das hat gerade ein bisschen gelächte Kamera. Und das hat auch kaum Schaden gemacht, wenn ich den Schwachmacher. Da oben spawnen noch mehr Trottel nach. Oh, er kann nicht laufen. Na dann ziehen wir halt mal ein Blutchen. Und aktivieren den Hammer und hauen voll auf den Putz. Gute Nacht, ihr beiden. So können wir doch noch beide töten. So, du hast uns geholt, nicht tatsächlich. So, dann kriegst du das ab. Du bleibst erst mal dahin, meine ich. So, du wirst dann halt erschossen. Der Dash von Mario ist mir ein bisschen zu schwach. Gerade, wenn man das mit dem von Dings vergleicht, von Luigi. Das sind ja Weltenunterschiede. So, dann aktivieren wir dein lindes Kraftpaket. Damit machen wir Rabbit Luigi stark genug, um ihn zu One-Hitten. Mit 70% Wahrscheinlichkeit. Bitte ein bisschen Glück. Was ist Glück? Was ist dieses Glück? Ach ja, das ist das, was andere Menschen haben, außer wir. Autsch, das hat wehgetan. Armer Tod. Schafft er es schon? Ins Ziel, der kleine Pilz? Nein, schafft er nicht. Gut, dann hoch mit dir, tot mit dir, ist auch tot. Kann ich den irgendwie treffen? Doch, von da, 100% Trefferchance. Mit der Bazooka, okay. Dann positionieren wir dich halt hier. Meinetwegen. Auch wenn ich glaube, dass Rabbid Mario da oben auch so zurechtkommt mit dem Kollegen hier. Ganz ohne irgendwelche Unterstützung. Ganz cool, nimmt den Dammblaster und haut ihn ins Jenseits. Oh ja, da, von mir aus dahin. Und Mario, du kannst es eh nicht so machen, ne? Ist ja nichts mehr da zum Töten. So, diese zwei sind zwar noch gespawnt, aber das juckt nicht, denn Todd schafft es ins Ziel und das wird gefeiert. Ja, war doch nicht gut dafür, dass wir nicht mit dem Team spielen konnten, mit dem ich eigentlich spielen wollte. Brücke mit Tücke. Sehr schön. So, und hier geht's weiter mit Prüfung 9. Auch wieder Mittel. Schauen wir mal, wie mittelschwer sie tatsächlich ist. Siege alle Gegner, drei in der Bezüge limit und 100% Schäferchance für die Gegner. Also Superschance. Ähm, planen wir mal. Was haben wir denn? Wir sind aufgeteilt mal wieder. Grobiane, viele Grobiane. Ähm, alles Grobiane. Vier Stück. Wir müssen alle besiegen. Okay. Du könntest ihn dächen, ihn dächen und dann meinetwegen runtergehen. Du könntest ihn dächen und dann dich da unten mit ihm sammeln. Du könntest ihn dächen. Schauen wir einfach mal, das Kraftpaket würde zwar Luigi treffen, aber ob das wirklich Sinn macht jetzt schon bezweifle ich mal. Wir fangen mit ihm hier an. Mit ihm bin ich mir sehr sicher, was ich machen möchte. Von da unten kann ich ihn nicht erschießen. Doch, von hier halte ich eine Treffung. Dann machen wir das doch. So, bevor wir schießen, hätten wir mal schauen sollen, wie weit er hier runter kann. Ja, und er kann uns erreichen. Das ist suboptimal geil. So, können wir schießen. Wir machen es einfach nur. Dann war klar, dass ich ihn nicht töten kann. Aber er erreicht uns nicht, oder? Doch, er erreicht uns. Er kommt so weit und schießt uns aus. Okay, na gut, dafür kann es der Nächste jetzt nicht mehr erreichen. Aber der von da oben kann es. Wenn nicht Rabbit Mario diesen, das abfangen würde. Für ihn. Wo mache ich das jetzt? Ich darf ihn, im Prinzip darf ich ihn nicht schlagen, dass er nicht anschießen, dass er nicht hittet. Sonst kriege ich nämlich zweimal Schaden und das wäre ein bisschen zu viel. Das gut, ne? So, dann ist einer down. Mario. Wie weit kannst du laufen? Es gibt kein Feld, wo er einen nicht erreichen würde. Oder? Nein, er erreicht einen Safe dieses Mal. Okay. Dann kann ich doch eigentlich auch mal was riskieren und zwar mit Ah, ich kann nicht Kraftpaket und Heldensicht aktivieren gleichzeitig. Zweimal Heldensicht sollte ausreichen. Hoffe ich. Um ihn hier zu überledigen. Vielleicht kriegen wir uns gar Honig. 100 Schaden, er hat noch 80 Leben. 105, er ist tot. Dann aktiviere dein Schild. Kollege, du kriegst einen Schlag ab, das tut mir leid, da kann ich nichts machen dagegen. Ein bisschen schaden muss sein, aber besser als du, als Luigi. Er schlägt uns runter und damit sogar in die Reichweite von diesem Grobian. Oh, er hat uns perfekt zugespielt, wie mit einem Ball, das ist echt gemein. Ja, dann lacht er ganz dreckig. Und er schlägt uns wieder hoch, das ist ja unfassbar. Die spielen mit mir wie mit einem Tennisball. Aber dafür gibt es jetzt die Quittung. Ähm, in welcher Form bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, am besten fange ich mit Luigi an. Du kannst ihn nämlich fast daumdöchen. ihn auch nahezu. Und ich höre wieder hoch ein. So, du kannst ihn erschießen. Ja, und damit haben wir es geschafft. Denn du erschießt jetzt ihn hier und dann ist Ende. Interessanter Kampf. Jeder startet Bornlöster. Kann man neu machen. Ding. Und hochgeheilt. Rabbit Luigi musste by the way nicht mehr geheilt werden. Er hat sich komplett selbst hochgeheilt. Nur durch seinen Dashs und seine Schüsse. So, wir sehen uns bei der Prüfung 10. Und da ist sie doch schon. Die letzte Prüfung. Sie ist nochmal einfach gehalten. Schauen wir mal wie einfach das hier wirklich ist. Erreiche das Gebiet. Ein Zug Limit. Okay. Dafür haben wir Spezialisten. Und zwar diese hier. Den hier. Den guten Herr Luigi. Auch bekannt als Laufmüllmeer. Okay, wo sind die Ziele? Die Ziele gebietet. Da ist eins, da ist eins und da ist eins. Okay, ich verstehe. So, du darfst Dashen, äh, Teamsprung machen und hier landen. So. Okay, einer ist schon mal Self. Nein! Nein, nein, nicht erschießen! Ja, ich brauch den Gegner, glaub ich. Das war dumm. Da war ich so voller Eifer, dass ich ihn ja wohl erschießen könnte. Und ich brauch den Luigi, glaub ich, bei der bei mich mal. Das ist wirklich sehr einfach. Hierin einschalten, Elite, dann passiert sowas nicht. so, denn du kannst jetzt hier hinspringen. Hopse. Und Mario, warum wollte die alle erschießen? Können wir Schlacht gewonnen? Prüfung 1 bis 10 abgeschlossen. sehr schön. Damit wäre das Backtracking beendet. Ich geh grad nochmal durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Huch, wie konnte mir denn diese Kiste entgehen? Aha. Da ist einfach das Modell von Todd drin. Okay. Habe ich wohl übersehen. Und hier geht's gleich weiter. Hier ist noch einer. Mit Powerkugeln drin. Fünf Stück an der Zahl. Sehr schön. Schalter hier eine Brücke darüber. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem Soundtrack drin. Uralte Gärten. So. Weit so gut. 2 R